Habe ich gerade nicht gesehen. Das ist aber auch echt ein Monster-Labyrinth hier. Das muss man ja auch mal... Schon wieder so ein Kopf. Ich weiß nicht, warum ich mag die nicht angucken. Wir müssen hier echt raus oder nochmal Batterien finden. Ich habe schon wieder meine Blümchen verloren, glaube ich. Mist, Sackgasse. Das kostet uns alles Batterie. Ah, da, Blümchen. Mit den Blitzen leuchten die immer so schön. Aber nicht mit unserer Taschenlampe. Da. Pando, hey! Wie schön, dass du dich auch hierher verirrt hast. Ach, hehehe. Immer diese Bodenplatten. Oh nein. Ein Checkpoint. Immer diese bösen... Nein, eigentlich... Ich bin froh, dass es die Checkpoints gibt. Also... Vielen Dank, dass die noch im Nachhinein eingebaut wurden. Aber sie verheißen eben nie was Gutes. So, und ich glaube, hier hätte mir jetzt tatsächlich was passieren können gerade. Ähm. Ich bin jetzt aber nicht im Kreis gelaufen, oder? Ich habe mich auf die Blümchen verlassen. Nee, ich bin nicht im Kreis gelaufen. Mir noch ein bisschen unsicht... Nein, dann wäre das ja kaputt gewesen. Alles klar, ich bin nicht im Kreis gelaufen. Alles gut. Ja... Righty, ich laufe auch aus. Das ist... Ich bin völlig gestresst. Ich bin total am Ende und kaputt. Dieses Spiel kostet mich zehn Jahre meines Lebens. Pro Spielminute. Da kannst du dir ausrechnen, wie alt ich geworden wäre. Und wo sind meine Blümchen schon wieder hin? Sie sind schon wieder weg. Blümchen. Blümchen. Schon wieder so ein Monsterschädel. Ich dachte, ich hätte Batterien gesehen, aber ich habe mich offenbar getäuscht. Das wäre so schön gewesen. So, unsere letzten Batterien geben gerade den Geist auf. Das ist ziemlich übel. Ich vermute auch mal, dass ich viele Batterien einfach mal übersehen habe. Aber... Ja... Ich sehe gleich nichts mehr. Ja... Ich wusste es doch. Keine Blümchen ist kein gutes Zeichen. Ich muss hier doch irgendwo raus. Ich muss hier doch irgendwo raus. Jetzt habe ich kein Licht mehr. Jetzt kann ich auch die Schatten nicht wegleuchten. Ich werde elendig an einem Herzinfarkt zugrunde gehen. Ah, ein bisschen Restlicht haben wir noch. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ach nee, da war ich ja schon. Habe ich hier einen Gang übersehen? Nee, ich glaube, das hier war eine Sackgasse, ne? Blümchen! Ich habe Blümchen gefunden. Ich glaube, meine Lampe reicht nicht mehr weit genug, um die nächsten Blümchen zu finden. Also zumindest, wenn sie irgendwo in der Ecke stehen. Sackgasse. So, nochmal zurück zum ersten Blümchen. Blümchen. Ich kriege das hin. Ich komme hier noch raus. So. Blümchen. Kein Licht mehr. Okay, es kommt immer noch mal ein bisschen Restlicht. Ohne Licht finde ich die Blümchen nicht. Das ist ziemlich doof. Leute, ich habe hier echt ein Problem gerade. Nämlich, dass ich jetzt auch so gelaufen bin, dass ich mein Originalblümchen nicht mehr finde. Ja, mach das mal bitte. Bett. 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 Ich finde mein Originalblümchen nicht mehr. Bett. Bett. So, mein Originalblümchen. Wir zwei, wir gehen jetzt los. In diese Richtung. Biegen nicht rechts ab. Biegen wir ihn hier links ab. Ich glaube, hier links sind wir schon mal abgebogen, ne? Ah, Blümchen, sehr gut. Och nein. Okay. Ich könnte jetzt abzählen, aber... Toll, genau. Wenn der Blitz kommt, stehe ich natürlich zwischen den Gängen. Okay, hier scheint kein Blümchen drin zu sein. Blitz! Blitz! Hier ist auch kein Blümchen. Deshalb laufe ich jetzt auf gut Glück einfach mal hier rein. Hier ist aber auch kein Blümchen. Okay, aber es ist auch eine schnelle Sackgasse. Habe ich gerade einen Hund gehört? Ich habe ja wohl keinen Hund gehört, oder? Okay, das hier ist eine spätere Sackgasse. Also, es ist doch mal wieder der letzte Gang. Ich brauche Licht. Diese kleine Funzel, die ist auch... ...so langsam ein bisschen weniger hilfreich. Wow! Oh Gott! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, Blümchen! Ich bin gerettet. Es sei denn, ich laufe im Kreis, aber davon gehe ich jetzt mal nicht... ...diese Steinköpfe. Ich bin auch einfach zu schreckhaft und zu ängstlich. Warum spiele ich das eigentlich? Nein. Jetzt habe ich jede Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind und in welche Richtung wir müssen. Okay, hier ist zumindest ein Blümchen. Okay, hier sind wir. Das ist... ...ganz schon weit weg von dem Punkt, wo wir schon waren. Achso, da geht's gar nicht längs. Verdammt noch mal! Ach, jetzt sind wir hier wieder. Wo mussten wir denn da hin? Ich glaube, hier vorne und dann links. ...blümchen? Ja, Blümchen, ich habe es mir richtig gemerkt. Alles klar. Nee, hier war es nicht. Hier war es aber auch nicht. Nee. Hier war es auch nicht. Hä? Wo war denn das? Ah, hier. Blümchen. Schwer zu sehen, aber es ist da. Ach, okay. Und jetzt sind wir schon wieder hier. So schlimm war das jetzt gar nicht. Ich sollte aufpassen mit meinem Gerenne immer. Äh. Ja, vor allem wenn ich denn in Sackgassen laufe. Ähm. Aber es war doch vorhin der dritte Gang. Ändert sich das etwa auch? Nee. Nein, wie gemein ist das denn? Das sind ja noch solche Ferkelei. Ich lese gerade, es ist immer der letzte Gang. Egal, in welchen man zuletzt geht. Es ist immer der letzte. So, das heißt, hier haben wir jetzt noch eine Sackgasse. Oh, wie fies! Da wurde auch echt keine Schweinerei ausgelassen. Finde ich irgendwie gut. Mist. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte Licht anmachen sollen. Oh, ich hätte echt Licht anmachen sollen, aber ich dachte... Diese Klugscheißerin. Ich mache das nicht auf leicht. Ähm, Bett? Gleich reagiert er hoffentlich. Da, 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 da. Blümchen. Und ich sollte nicht laufen. Ich sollte echt ein bisschen vorsichtiger sein. Das war eben total unnötig. Das hätten... Nicht hätten wir uns, sondern hätte ich uns echt sparen können. Ja, ich weiß. Man gewöhnt sich ja dran. So, dann jetzt wieder hier nach hinten. Ach nein, ein klein wenig sadistisch. Merkt man kaum. Äh, achso, ja, richtig. Ich war eben in Gedanken kurz falsch. Okay. Ich möchte wieder, dass es der dritte ist. So. Sackgasse. Oh, wie überraschend. Noch eine Sackgasse. Mensch, wir haben aber auch ein Pech. So, kleinen Moment. Ich bleib mal kurz stehen und ich... So. Gott, mir ist so warm. Mir ist echt so warm. In dieser Sackgasse, da hätten gern ein... ...hätten gern ein paar Batterien drin liegen können. Nur so als Bemerkung am Rande. Aber ist okay. Ich komm klar. Schwer, aber ich komm klar. Ich bin hier, glaube ich, falsch, oder? Ich sehe die ganze Zeit keine Blümchen. Ah, da, Blümchen, okay. Hm. Also ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie dieses Spiel auf schwer zu spielen ist. Ich kämpfe mich da ja jetzt schon auf normal echt durch. Gut, ist natürlich dann auch noch was anderes, ob man das für sich spielt oder eben vor anderen. Zumindest ist das für mich ein Unterschied. Tatsächlich. Aber...